So, servus, guten und herzlich willkommen zum einzigen EAFC24 Tutorial mit dem Kicker-Kammer. Mein Name ist Bono und wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier gerade in Ultimate Team, sogar in meinem eigenen Ultimate Team, das ich hier gerade mal so ein kleines bisschen ausprobiert habe. Denn ich möchte euch heute etwas zeigen, was mir direkt geholfen hat, mich auch zu qualifizieren für die erste Phase irgendwie von EAFC Pro und natürlich auch für die Elite-Division und so weiter. Und da dachte ich so, ey, ich zeige euch heute einfach mal direkt schon meine persönliche Taktik, gerade in diesem Spiel. Und das, was ich eben effektiv tue, um euch gegebenenfalls auch gerade die etwas Fortgeschritteneren ein kleines bisschen zu helfen und ein kleines bisschen was mitzugeben, was ganz interessant sein kann. Wichtig, Formation ist 4-3-3, falsche 9. Ja, das sieht man hier, ist die 4-3-3-5 eben effektiv, die eben für mich ermöglicht, auch letztendlich eine Struktur zu nehmen, die sowohl einfach ein bisschen spielerisches Potenzial ermöglicht, als auch auf der anderen Seite eben dem Rechnung trägt, was man gerade in EAFC24 tun muss, nämlich vergleichsweise viel auch das Flügelspiel einbinden. Und das geht hier eben doch vergleichsweise gut, wenn man eben so ein paar kleinere Unterschiede berücksichtigt. Für die Taktiken ganz wichtig, Defensivstil, Druck nach Fehlern ist so das, was ich persönlich einfach mit am besten finde, weil es eine grundsätzliche Aktivität noch mit herbeiführt, auch im Spiel um den Ball selbst. Ja, was ja sowieso schon in EAFC24 einigermaßen stark ist, wenn es gerade so ins Gegenpressimoment geht, aber das hier hilft eben zusätzlich noch. Breite braucht man nicht ganz so sehr, finde ich. Einige Leute würden vielleicht von sich aus sagen, okay, sie würden gerne noch ein kleines bisschen breiter verteidigen, aber ich lasse dem Gegner gerne auch ein bisschen mehr auf der Außenbahn, was erstmal ein bisschen komisch wirken mag, aber dadurch kommt man trotzdem noch hinten relativ gut in den Zweikämpfe rein und wenn man irgendwo dem Gegner Plätze bietet, dann sowieso auch weiterhin auf der Außenbahn, jedenfalls was den Spielaufbau angeht. Tiefe finde ich 65 vergleichsweise okay. Wenn ihr relativ schnelle Spiele habt, könnt ihr es natürlich auch noch ein kleines bisschen höher drehen. Das Wichtige ist wirklich, diesen Sweet Spot von 45 eben mindestens zu haben und ein bisschen höher zu verteidigen, finde ich gerade eben dann mit einer bestimmten Aktivität ganz gut. 75 fand ich fast schon ein kleines bisschen zu hoch, dementsprechend 75 oder 65 hier in diesem Fall das, was ich dringend empfehlen möchte. Aufbauspiel ist langsamer Aufbau, komme ich nach wie vor relativ gut mit klar. Ganz entscheidend ist aber, wenn ihr eben das Pressing des Gegners überspielen wollt, und das funktioniert hier auch ganz gut, weil man eben tatsächlich beide Achter hat mit der Viererkette und auch den Sechser, der gleich noch ein paar spezielle Anweisungen dazu kriegt, dann läuft das eben auch vergleichsweise gut, wenn man dazu noch R1 nutzt, um eben Spieler ranzuholen, ganz wichtig. Das wird auch später noch wichtig sein, wenn man eben versucht, den Ball irgendwie über die Außenbahn zu spielen. Ballbesitz eben in der Chance der Erarbeitung auch wieder wichtig, damit die Leute eher nah rankommen und man deswegen auch vergleichsweise gute direkte Pässe spielen kann oder eben auch vergleichsweise kurze Pässe natürlich, die auch durchaus in den Fuß reinkommen. Man kann auch versuchen, mit L1 eben Leute ranzuschicken, aber ohne diese ganzen kreativen Elemente würde das hier nicht funktionieren. Also wenn ihr mit R1 und L1 und so weiter in einem eigenen Spielaufbau nicht so firm seid, ist das hier vielleicht auch eine schwierige Taktik für euch oder das ist auf jeden Fall eine schwierigere Taktik für euch, deswegen eher was für die fortgeschritteneren Breite. Braucht man nicht ganz so sehr, weil man dann doch eher versucht, wenn sich irgendwo mal Räume auch in der Mitte dann ermöglichen sollten, die auch zu nutzen. Spieler im Strafraum braucht man vergleichsweise viel, weil es eben sehr viel auch darum geht, letztendlich irgendwie auf die Grundlinie zu kommen und von der Grundlinie dann wieder so einen Schlag zurück einfach in den 16er reinzubringen und dann vielleicht auch den Pass in den Rückraum zu suchen. Ecken gerne ein kleines bisschen mehr, Freischlüsse werden wie üblich einfach direkt reingeknüppelt. Aber für Ecken, gerade auch für unterschiedliche Taktiken, bietet sich eben hier gerade mit vier Strichen einiges an. Für die Anweisungen sehr, sehr wichtig, eben auf der Außenbahn defensive verstärken, in die Mitte ziehen, Abwehr überlaufen und eben für Flanken in den Strafraum. Das auch tatsächlich auf beiden Seiten. Wenn wir eben versuchen wollen, im Spielaufbau auf die Außenbahn zu kommen, müssen wir auch die erstmal, wenn wir hinten zum Beispiel mit dem Linksverteidiger, die hier in diesem Fall auch nur übergreifen kriegt und jetzt nicht zwingend auch noch mit angreifen, weil die kommen sowieso damit nach vorne. Wenn man dann hier diesen Longline spielen will, also von Linksverteidiger auf quasi linken Stürmer oder linke Stürmerin in dem Fall, dann sehr, sehr wichtig, immer erstmal R1 drücken. Das wird sowieso dann eigentlich ein R1-X-Pass tatsächlich funktionieren. Aber dann erstmal, während man auf die linken Stürmer guckt, R1 drücken, damit Spieler oder Spielerinnen respektive ein paar Schritte auf einen zumacht und deswegen nicht der Außenverteidiger irgendwie dazwischen springen kann. Und dann kann man diesen R1-X-Pass da auch wunderbar spielen. Dann funktioniert das hier in dieser Taktik ganz außerordentlich gut. Dann kann man den auch hier wieder über die Sechser zum Beispiel oder über die Achter hier neu machen. Dann eben hier Frank Lampard zum Beispiel mit nach vorn orientieren und zusätzlich einfach nur Mitte abdecken. Stürmer, ganz wichtig, zentral orientieren, Anspielstation und defensive verstärken. Auf der anderen Außenbahn eben genauso defensive verstärken. Hier anderes, zentrales Mittelfeld, sehr wichtig, auch weiterhin alle Freiheiten und Mitte abdecken. Da hat sich gar nicht so viel getan im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist weiterhin eine Anweisung, die wunderbar funktioniert und die auch dann gerade für Spieler mit einem entsprechenden Playstyle, wie halt Technical Plus oder sowas hier enorm hilft. Ja, wo man dann eben dieses präzise Dribbling sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut ausführen kann. Wolkin hier Passwege zu stellen, hinten bleiben bei Angriffen. Tiefstehender Spielaufbau, sehr, sehr wichtig, gerade dann eben, wenn man wirklich mit Ballbesitz spielt, damit hier auch diese Überzahlsituation dann respektive mal entstehen kann oder zumindest Gleichzahl. Und man nicht dazu gezwungen ist, einfach den Ball wegzupölen und dann hinten eben tatsächlich einfach nur die Mitte abdecken. Außenbahnabdecken braucht man hier gar nicht. Für viele Verteiler weiterhin übergreifend. Und wenn man wunderbaren Torhüter hat, wie IK Kassiers, Flankenfänger, Torhüter, Libero, hilft in der 1-gegen-1-Situation weiterhin maßgeblich. Deswegen also wirklich versuchen, viel mit L1, R1-Pässen auch zu arbeiten, auch gerade mit L1-X-Pässen, damit dann Spieler respektive mit nach vorne kommen, damit man wirklich so ein Ballbesitzspiel irgendwie aufbauen kann und dann vorne mehrere Optionen hat, um den Ball letztendlich auch gerade vom Flügel, je nachdem, oder vom Halbflügel, wenn zum Beispiel irgendwie so ein Zehner da mit reingekommen ist oder ein Achter in dem Fall, vernünftig irgendwie dann in die Mitte reinzutragen und da noch eine gute Abschlusssituation zu finden. Und dann kann das hier auch wunderbar funktionieren, ohne dass man defensiv anfällig ist und ohne dass man dem Gegner überhaupt die Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu kontrollieren. Und das ist eben das ganz Entscheidende. Das kann man mit dieser Taktik, mit dieser Formation, ein Spiel kontrollieren. Viel Erfolg und danke. Ciao. Ciao.